Zum Tagesgespräch begrüße ich in Saarbrücken Simone Peter, Parteichefin der Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, um den ganzen Namen zu sagen. Grüße Sie herzlich. Hallo, guten Tag. Morgen. Ja, also als Oppositionspartei ist man ja immer im Verdacht, nur drauf zu hauen und dazu auch vielleicht berechtigt zu sein. Wie ist gerade im Moment? Sind Sie zufrieden mit der Koalition? Sind Sie glücklich und möchten gar nicht draufhauen oder kritisieren? Doch, es gibt jede Menge zu kritisieren. Wenn man sich gerade anschaut, gestern den Koalitionsausschuss, das war keine weiße Rauchsäule, sondern eher ein kleines Rauchfähnchen, was da rauskam. Es sind doch wenige Dinge geeinigt worden. Die Mietpreisbremse, nach 100 Tagen sollte sie kommen, 500 Tage sind es jetzt geworden. Das Ding sieht eher aus wie ein löchriger Käse. Aber Hauptsache, es kommt jetzt mal, es passiert jetzt mal was, um die Mieten einzudämmen. Aber wichtige Themen wie den Stromtrassenausbau, wie das Thema Mindestlohn, da gab es keine Einigung. Da ist die Große Koalition schon sehr, sehr entscheidungsschwach. Und ich hätte mir auch mehr Punkte wie das Einwanderungsgesetz, das Thema Gentechnik, auch umstritten in der Großen Koalition. Die Frage des Armutsberichtes, da hätte ich mir noch mehr Themen gewünscht. Dann heizen Sie den doch mal richtig ein. Dafür sind Sie doch da. Na, wir heizen ihn tagtäglich ein. Wenn Sie sich sehen, die lange Liste, die jetzt gerade diese Woche auf der Bundestagsagenda ist, da geht es darum, klarzumachen, dass wir Gentechnik ablehnen als Anbaukonzepte in Deutschland. Da sagt der Landwirtschaftsminister Hü, die Umweltministerin Hott, wir wollen ein nationales Anbauverbot. Und es geht darum, die Griechenlandhilfen jetzt auf den Weg zu bringen. Da gibt es schon wieder einige, die zweifeln, die Euroskeptiker innerhalb der Union, die hier kein klares Bekenntnis vorlegen. Es geht darum, wie wir in der Gesellschaft Flüchtlinge besser unterbringen können. Da höre ich von der Union nur, sie will die Grenzen wieder dicht machen und das Schengen-Abkommen infrage stellen. Also da hauen wir schon ordentlich drauf. Wer ist Ihnen da jetzt eigentlich näher? Also nur mal so im Blick auf zukünftige Wahlen. Ist vielleicht die CDU, CSU ein bisschen näher doch herangerückt an die Partei, der Sie vorstehen? Also ich glaube, die geben sich derzeit nichts. Wenn ich mir angucke, dass Hüen Hott bei der Energiewende, da hat der Wirtschaftsminister dafür gesorgt, dass die erneuerbaren Energien reichlich jetzt ausgebremst wurden, dass da ein Deckel verordnet wurde. Da hat die Solarindustrie erhebliche Probleme. Der Kohleausstieg geht nicht voran. Wir haben bei der Union immer wieder die sehr populistischen Äußerungen, Flüchtlinge zurückzudrängen, den Menschen nicht ein ganz klares Asylrecht zuzugestehen. Also da sehe ich derzeit keinen Unterschied. Da haben wir große Möglichkeiten und einen hohen Bedarf, wirklich beide anzugreifen. Ja, aber das klingt auch irgendwie ganz interessant. Also alles offen. Sie könnten theoretisch mit beiden zurzeit ganz gut? Na ja, wenn Sie sich mal angucken, wir sind ja gerade in Hamburg nach einem guten Wahlergebnis mit 12,2 Prozent jetzt in der Gelegenheit mit der SPD zu verhandeln, damit in die neunte Regierungsverantwortung zu gehen. Das sind in neuen Ländern Regierungen mit der SPD oder auch mit der Linkspartei wie in Thüringen. Das ist ein Land mit der CDU. Das heißt, da wird unser klarer Eigenständigkeitskurs verfolgt. Wir setzen viel Grün in Koalitionen um und das ist auch die Perspektive 2017. Wir wollen den Umweltschutz, den Klimaschutz, die Bürgerrechte, die Menschenrechte ganz vorn auf die Agenda setzen. Hier werden wir Konzepte präsentieren. Hier sind wir tagtäglich in der Auseinandersetzung mit der Großen Koalition. Und dann entscheiden wir, mit wem wir in die Regierung einsteigen. Aber letztlich müssen die Konzepte passen. Und wenn es nicht passt, ist es auch wieder Opposition. Ja, aber wir schauen zum Beispiel nicht nur in ein Bundesland wie den Stadtstaat Hamburg, sondern zum Beispiel nach Hessen. Da läuft es auch ganz gut. Also eine schwarz-grüne Kanzlerin ist näher als je zuvor? Nein, ich würde da jetzt überhaupt keine Aussagen treffen. Bis 2017 haben wir noch einige Auseinandersetzungen mit der Großen Koalition, also mit der SPD und der CDU, zu meistern. Und da sind eine ganze Reihe von Punkten auf der Agenda. Ich habe es eben schon gesagt, uns geht es darum, jetzt im Klimajahr 2015 die Energiewende, den Klimaschutz nach vorne zu stellen. Wir wollen endlich Lösungen für die zunehmende Zahl von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. Sondern kann es nicht heißen, die Grenzen in Deutschland und Europa dicht zu machen. Da greifen wir ganz gezielt an. Wir wollen endlich, dass Investitionen ausgelöst werden, dass die Europapolitik wieder stärker auf die Agenda kommt. Da hat die Griechenland-Wahl Möglichkeiten eröffnet, diesen strikten Schuldenkurs zu öffnen und Armut anzugehen. Von daher bleibt es für uns auf der Agenda, hier uns mit der Großen Koalition, mit SPD und mit CDU auseinanderzusetzen. Und wir werden 2017 sehen, mit wem die Schnittmengen am größten sind. Aber wie gesagt, wenn es keine Schnittmengen gibt, dann gibt es auch andere Optionen. Ja, also auch in der Energiefrage und Energiewende-Frage ist die Gretchenfrage von Ihnen ja schon beantwortet worden. Kohle oder Gas? Aber da wollen wir gar nicht weiter drauf rumreiten. Das wird sich wahrscheinlich eventuell nochmal ein bisschen verschieben bei den verschiedenen Parteien. Wir blicken mal noch auf das, was sich gerade ereignet, Griechenland und die Abstimmung am Freitag. Was empfehlen Sie Ihren Parteigenossinnen und Genossen am Freitag bei der Abstimmung für das Programm zur Rettung der Griechen? Wir sprechen eher von Freundinnen und Freunde, aber das ist jetzt auch kein wichtiges Merkmal. Wir haben uns schon dafür ausgesprochen, dass wir dem Paket zustimmen wollen. Ich meine, Griechenland hat die Hand ausgestreckt, hat signalisiert, dass sie den Reformkurs einschlagen wollen. Es muss darum gehen, die Massenarbeitslosigkeit gerade bei den Jugendlichen zu beseitigen, die soziale Unwucht zu beseitigen, die ja auch durch den harten Austeritätskurs, durch den harten Sparkurs der Kanzlerin mit verursacht wurde. Und deswegen erwarte ich auch, dass die Große Koalition, das SPD und CDU in ihrer Mehrheit ein klares Signal geben, Griechenland gehört zu Europa. Wir müssen den Euro stärken, nicht schwächen. Wir brauchen die Solidarunion in Griechenland, in Europa, um gemeinsam die Wertegemeinschaft Europas zu stärken. Das ist auch gerade wichtig, in der Krisensituation zum Beispiel mit der Ukraine mit einer Stimme zu sprechen. Deswegen, es muss hier ein klares Signal für die Verlängerung der Hilfen geben, für eine Möglichkeit, dass Griechenland wieder Luft zum Atmen bekommt. Simone Peter, Parteichefin der Grünen. Dankeschön nach Saarbrücken fürs Gespräch. Sehr gerne.